Mein Tor zur Außenwelt, nicht mehr geupdatet, seit 2003 aus Gründen. Du musst ja aufpassen vor den ganzen Gates-Helsen da draußen. Na, versteht ihr? Melinder gesagt. Na, alle Programme sind vorinstalliert, um auf die wichtigen Informationen zugreifen zu können. Was für das? Theater. Superwichtig für eine sichere Kommunikation heutzutage, Handys werden alle abgehört. Ja, aber Funk lässt sich doch noch leichter abhören. Du bist einer von denen, ne? Du bist doch so ein Funker. Woher weißt du das alles? Wir haben ihn. Over. Er ist Kameramann, nennt sich Sandro, filmt in der Regel Hochzeiten. Ne, das mach ich nicht mehr. Zugriff. Sofort Zugriff. Er ist ganz in meiner Nähe. Klausi, das Essen ist fertig. Mutti Andro Kanal.